Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Skylands sind in großer Gefahr. Der Wirbelsturm war sicher kein Zufall. Das ist das Werk von Chaos. Chaos. Oh, der geht mir echt gegen den Strich. Wenn ihr es mit Chaos aufnehmt, bin ich dabei. Das freut mich, Flynn. Kaylee will uns auch helfen. Kaylee? Von dem Mädel habe ich schon einige Dinge gehört. Interessante Dinge. Wenn sie dabei ist, bin ich doppelt dabei. Klasse! Wenn du bereit bist, geh mit Flynn zum gefährlichen Grasland. Ich mach den Ballon schon mal stark klar. Und wenn du noch mehr von diesen Schafen mitbringst, werde ich dir nie verzeihen. Ja, Kaylee freut sich bestimmt, mich kennenzulernen. Wer könnte ihr das verdenken, ha? Also, bist du startklar, großer Sky-Dings? Ja, ja. Kaylee füßt mir bestimmt in Nullkomman nichts aus der Hand. Das wäre ja verständlich. Ich meine, schieb mich nur an! Hast du gesehen, wie genau ich das getroffen hab? Dafür musste ich jahrelang üben. Wahnsinn, oder? Du kannst mir später danken. Hey, ich denke, wir sollen die Schafen mitbringst. Wir sollten Kaylee so schnell wie möglich finden. Es wäre doch nicht fair, ihr meine Persönlichkeit vorzuenthalten. Ich seh mich mal von oben aus rum. Vielleicht findest du sie ja am Boden. Die verschiedenen Gebiete der Skylands haben unterschiedliche Elementarenergien. Wenn du zu Skylandern desselben Elements wie das Gebiet wechselst, haben sie mehr Macht und erhalten zusätzliche Belohnungen. In dieser Zone sind Skylander des Technologie-Elements stärker. Du brauchst einen Technologie-Skylander, um dieses Tor zu öffnen. Nein, 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 nein! Nein, nein! Ich bin hier! Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's. Das war's für heute. Das war's für heute. Mike! 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 In dieser Zone sind Skylander des Magie-Elements stärker. Eine Nachricht von Yugo-Saga. Schafe gehören zu den gefürchtetsten Wesen der Skylands. Die Mabu, die beim Zählen großer Schafsherden eingeschlafen sind, vermissen häufig ihre Habseligkeiten, wenn sie aufwachen. Wenn sie befragt werden, geben die Schafe natürlich nie zu, etwas genommen zu haben. Schafe dich, Schafe dich! Das war eine Nachricht von Yugo-Saga. Echt? Der Kugel ist ein langer Schafsherden. Das war die Schafsherden. Ja! Du brauchst einen Rasserskylander, um dieses Tor zu öffnen. In dieser Zone sind Skylander des Wasserelements stärker. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die ZDF für funk, 2017 Die ZDF für funk, 2017 Die ZDF für funk, 2017 Das war's für heute. In dieser Zone sind Skylander des Magie-Elements stärker. In dieser Zone sind Skylander des Magie-Elements stärker. Hey, ich hab Kaylee gefunden. Sie ist gar nicht mal übel. Ach ja, ein paar böse Drow haben sie geschnappt. Wir müssen sie retten, damit sie sich um Wichtigeres kümmern kann, mir zu danken. Boom! Da drüben, diese Kanone könnte vielleicht nützlich sein. Wenn du reinkletterst, kannst du bestimmt auf die Schlösser am Tor schießen. Lass deinen Skylander in die Kanone hineinklettern und schießt dann damit auf die Schlösser. Stufenaufstieg! Warte! Du bist da! Doch ein Skylander, das ist ja der Hammer! Ein echter Skylander hat mich gerettet! Und ich? Ich hab mitgeholfen. Flinderballonpilot, das bin ich. Steht zu Diensten. Sehr erfreut. Ja, ja, ich weiß. Es muss überwältigend für dich sein, den besten Piloten der Skylands kennenzulernen. Ich hätte gar keine Hilfe gebraucht. Ich hatte sie genau da, wo ich sie haben wollte. Aber klar doch. Hm. Ja, klar. Ja, meine Beste. Gern geschehen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020